Herzlich Willkommen zu einer neuen Skin Vorstellung bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Der Big Chuggas oder Big Chuggos oder Big Chuggos ist da. Auf jeden Fall sieht das Teil richtig crazy aus. Der hat hier hinten diesen Slurp Tank Kanister hinten dran. Scheint wohl hier mit seinem Anzug verbunden zu sein. Hier oben sieht man auch, da gehen dann die einzelnen, ja geht der Slurp dann direkt in den Helm rein. Da läuft es auch schon hier vorne raus wieder. Geht auch über seine Rüstung drüber. Auch hier die Schuhe sind voller Slurp. Also, ja, sieht auf jeden Fall ziemlich crazy aus, das Teil. Und da würde ich mal sagen, dann lass uns doch einfach mal mit dem Gameplay beginnen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann ist gerne im Itemshop der Creator Code sofort und gleich.tv. Dann auf annehmen und drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Auf geht's. Das sieht schon cool aus, das Teil, der Big Chuggos. Auf jeden Fall geil. Hat was, das Ding. Der schnellste Bilder ist er nicht. Und er ist auch schon tot. Na, den Heli. Jetzt sehen wir mal den Heli in Action. Und dann ist er auch schon wieder tot. Ja, da unten ist jemand. Und dann ist er auch schon wieder tot. Naja, jetzt sehen wir den Heli halt umso öfter. So sieht das Teil gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben es jetzt noch nie so gesehen. Nur in den Shop. Schafft er es auch mal länger als 30 Sekunden zu leben? Das ist, äh, crazy. Da muss ich sagen, ich habe mich mit den Gegnern auch sehr schwer getan. Aber ich habe immerhin länger als 30 Sekunden gelebt. Was macht er denn da überhaupt? Jetzt steht er... Oh mein Gott. Kann er froh sein, dass er seinen Snipe nicht abbekommen hat? Der da direkt neben ihm eingeschlagen ist? Hm. Da ist eine Falle ausgelöst worden. Aber was schafft der da? Ähm. Er guckt jetzt auch mal mit der Besucher. Irgendjemanden finden kann. Kann man ja froh sein, dass er sich nicht noch selber getötet hat. Ja, erst mal nach oben, ne? Nicht? Gucken. Ja, mal so ein bisschen gucken. In die Luft gucken. Hm? Mhm. Mhm. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da steht hier, er hat einen Kill, er hat einen Kill, ich bin begeistert, ja geil, er hat einen Kill, da stand einfach jemand rum, cool, freue ich mich, da bin ich ihm entgegen gekommen, und da war er auch schon wieder tot. Ja. 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 Ja, das ist quasi eine High-Kill-Round, High-Killed-Round. Ach, er war das gewesen, der mir, okay, er hat mich da geblockt. Und den Kill hat er mir abgestaubt, alles klar, okay, das war er. Ja, da hat mich irgendjemand geheilt. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn euch das heutige Gameplay gefallen hat, wie sieht denn das überhaupt aus? Das sind ja, ach, was, das sehe ich ja jetzt erst richtig. Guckt euch das mal an. Dieser Brustpanzer, beziehungsweise diese Panzer hier oben rechts auf dem Arm, das sind ja auch Fässer. Das ist ja von den Fässern. Aber, wie geil ist das denn? Ja, cool. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen da oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, mein Gott hat der dicke Adern hier. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays. Ja, benutzt bitte unseren Creator Code sofort, du gleich, TTV, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.